24 Mitglieder der Bergwachtbereitschaft Dresden trainierten am vergangenen Wochenende den Ernstfall in der Sächsischen Schweiz. Am Rauenstein übten die ehrenamtlichen Helfer verschiedenste Rettungstechniken. Trainiert wurden Einzelelemente wie etwa das Abseilen mit der Korbtrage, der Aufbau von Seilbahnen und Flaschenzügen. Diese Übungsvarianten dienen im Ernstfall der Rettung von Verletzten aus Felsspalten. Auch komplexe Abläufe wurden bei dem zweitägigen Camp trainiert. Dabei mussten verletzte Personen medizinisch versorgt und über verschiedenste Rettungstechniken abtransportiert werden. Neben den Spezialtechniken mit Seil und Karabiner wurden dabei auch die Einsatzleitung und die Organisation im Team sowie die Kommunikation über Funk geübt. Die Bergwacht im Gebiet der Sächsischen Schweiz wurde 2010 zu insgesamt 75 Einsätzen gerufen. Hauptursache für die rasche Hilfe waren Wanderunfälle. Nicht alle Rettungseinsätze aber gingen glimpflich aus. So mussten im vergangenen Jahr auch neun Personen tot geborgen werden.